Hallo und Herzlich Willkommen zurück hier in Minecraft. Wir bauen noch ein bisschen das Häuschen weiter. Das ist doch schon der Dunkelgrad. Immer dunkel. 64 Stallen, die werden wir noch einmal hier bauen. Dann gehen wir auch schon wieder zurück. Der gehört da bestimmt nicht hin. Jetzt kommt es noch mal Dürft. Der Dritte ist ja noch mal wieder alles gut ausgelenkt. Alle Peter Katzen und diddessen dies. Daher der Dritte ist schon mal vom Häuschen Wash. Wir början den Häuschen 취 kontrollieren. Wir können unsere Häuschen weiter auf den Häuschen machen. Wir haben einen Häuschen an der Häuschen. Wir werden es nun in der Häuschen haben. So, dann bin ich eben das Haus in Gestalt an. Was hab ich denn eigentlich jetzt richtig gebaut? Ich sag bloß hier hab ich jetzt falsch gebaut. Ich muss noch hier tiefer sein. Aber eigentlich? Warte mal, jetzt will ich jetzt wissen. Hab ich falsch gebaut? Hab ich falsch gebaut? Ich glaub das nicht. Tja, das werde ich dann noch mal korrigieren. Auf da ein, werde ich noch mal hier weitermachen. Soll ja schon richtig sein, ne? Alles schön, seitdem wir gleich wieder haben. So. Die Tineine mal wieder abreißen hier. Na gut. So. Dann werden wir noch mal wieder zurück. In unser altes Haus. Altes, 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 altes Haus. So, dann können wir, eigentlich haben wir was erforschen hier. Was haben wir denn hier? Taubiumstabkapp. Ja, warum nicht? Da haben wir Luft. Luft ist gut. Das heißt. Dann haben wir Metall. Dann haben wir Terra. Und der Baum ist Terra und Luft. Das heißt, wir machen erstmal Luft. Das heißt, wir machen das. Das ist schon mal verbunden. Das ist schon mal verbunden. Das ist schon mal verbunden. Wir nehmen jetzt. Ordnung und Mensch. Ordnung und Mensch. Ordnung und Mensch. Mensch ist Tier. Gehirn. Gehirn ist Feuer und Geist. Tier ist Leben. Leben. Leben ist Terra. Leben. Und dann hat sich nämlich gesagt. Tier, ne? Ah ne, Mensch. Wollte ich. Erreichen. Mensch war Tier. Auch das. Wollte ich erreichen. Mensch war Tier. Das. Jetzt mussten wir hier noch Metall. Da war ein paar Terra. Und da haben wir auch schon die Taumi im Stab gehabt. Gucken wir uns das auch gleich mal an. Gucken wir uns das auch gleich mal an. Aber vorher ziehe ich diesmal das Jetpack aus. Das können wir jetzt mal wieder hier rein tun. Äh. Hier rein tun. So. Und. Äh. Hallo? Ja. Taumi im Stab kam. Gucken wir uns doch gleich mal an. Taumi im Stab kam. Taumi im Stab kam. Taumi im Stab kam. Taumi im Stab kam. Da ist es nur logisch Stab kam. Nara aus zu pären. Wiss jeder Typ lässt sich damit sehr gut fokussieren. Der Karne Wirktisch ist für die Herstellung dieser Kappen nicht ausreichend. Sie müssen mit zusätzlicher magischer Energie Durchtränkt werden Um benutzen zu Sachen Aha Ahas Glam Stabkappen Okay Es ist schon wieder nicht einfach Gut Das waren das Dann hatten wir ja Nur die in einem Glas Würde ich gerne machen Da hatten wir wieder Luft Dann haben wir hier Gier Mensch Hunger Leben und Leere Wasser Und haben wir Luft in Leere Das ist gut Wir können Luft arbeiten Und hier Das ist Störung Auch Das ist auch nicht das Problem Aber die Bewegung Auch Luft Also Wir werden hier mal mit Luft arbeiten Was ist das Wir werden mal herein und nehmen jetzt und die Leere Gier und die Leere Gier und die Leere Gier und die Leere Gier und das Schlaufe Was billiges Zerstörung hat Weil ich nichts habe Wollen wir das auch machen Luft Hier Hinden Zerstörung Wollen wir das verbunden? Machen wir so eine Bewegung, da war auch Luft drin Aber auch das wieder mal fertig Nodi in einem Glas Das heißt Wir werden uns noch mal einen Raum anrichten Wo wir die Nodis rein tun können Wir sind wieder weg vom Altar Aber Vielleicht Die dritte Etage Mal schauen Das gucken wir uns natürlich gleich mal an Nodi in einem Glas Bannende Gläser haben sich nützlich erwiesen um alle möglichen normalen und mystischen Dinge zu lagern Und du glaubst Du hast eine weitere Verwendung entdeckt Aura Nodi einfangen Indem du ein großes Glas um die Nodi baust und den richtigen Zauber mit dem Stab Anwendest Wird die Nodi in der Konstrukt gefangen und es schrumpft auf eine wesentlich praktischere Größe Das Glas kann dann sicher aufgesammelt und bewegt werden Aber der Umschließzauberspruch hat eine hohe Chance Die Nodi zu beschädigen Die Nodi bleibt in dem Zustand stehen In dem sie eingefangen wurde Und wird Irgendwas noch gemacht wird Damit Niemals fähig sein Bis dass ihr zu diesem Zeitpunkt fehlt Zu regenerieren Solange sich die Nodi im Glas befindet Kann man weder bis von ihr zappen noch ignorieren Sie sich Um die Nodi aus dem Glas zu befreien Muss man es in der Welt platzieren Und den Stab anklicken Das Glas wird dabei zerstört Und äh Deswegen Jetzt haben wir ja ein Nodi in einem Glas Werden wir als nächstes benötigen Nodi Stabilisator Und das werden wir nächstes mal erforschen Jetzt haben wir natürlich noch Zeit Ein bisschen Ein bisschen Um nochmal ein bisschen Marmor mitzunehmen Um nochmal ein bisschen Marmor mitzunehmen Das ist aber nicht viel Aber ein bisschen Gehen mal nach oben Es war noch nicht mal zu spät Wenn wir noch mal zu unserem neuen Haus Was da angefangen haben Was habe ich Gar nicht Mein Jetpack 3 Egal Das wird auch so gehen So Wir brauchen eine Marmor Auf jeden Fall Das würde mir nicht reichen Das ist gut Glaube ich Es gibt noch viel mehr Kunden Um Nodis zu finden So jetzt haben wir noch Zeit, ich gehe nochmal hier lang, gehe schon mal gucken, wo ich denn hier die Mine bauen möchte, die möchte ich hier umbauen, deswegen müssen wir als nächstes Das ist nicht meine, das ist nicht meine, das ist nicht meine Ich gehe mal, jetzt bin ich meine, das ist nicht meine, die ich meine, das ist nicht meine Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wenn Menschen denken, dass du stirbst, sind sie dir richtig zu unterstützen. Drauf zu warten, dass sie dran sind mit Raven. So. Wir haben ein bisschen hier gearbeitet. Hatten wir jetzt eine Höhe? Ja, vielleicht kommen wir da. Wer weiß. Windkraft muss da hoch und da hoch. So, aber wie gesagt, ich sag mal, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und bis zum nächsten Mal.